Atmen in den Bauch Das heißt, beim Einatmen dehnt sich der Bauch in eine Richtung und beim Ausatmen geht der Bauch. Das spezielle Finger Qigong und zwar die Qualenlüge. Das halten ohne festzuwarten, also führen ohne los festzuwarten. Und dann erkennen wir, wenn es keinen Sinn mehr macht, als sie zu kommen. Das heißt, wenn es keinen Sinn mehr macht, als sie zu kommen, ist, dass sie die Bauch in der 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 Bauch. Die Bauch in der 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 Bauch. Vielen Dank.